Für eine Rumpfstabilisierungsübung auf dem Gymnastikball setzt euch aufrecht hin, zieht eure Schulter plattativ nach unten, spannt die Rumpfmuskulatur an und hebt beide Füße vom Boden weg. Ziel ist es nun, auf dem Ball zu sitzen, ohne dass einer der beiden Füße Bodenkontakt hat. Sehr gut. Eine weitere Steigerung ist das Knien oder gar das Stehen auf dem Ball. Bei diesen Übungen empfehle ich allerdings einen Partner als Stütze.